Und dann Moinzen zu diesem VfB aktuell, ich war so ein bisschen am Skripten für den Mainz-Vorbericht, der morgen früh kommt und habe gemerkt, ey, wenn ich sonst wie immer ja ein bisschen Infos zu Tickets mache und so weiter am Ende noch, das sprengt diesmal komplett den Rahmen mit den ganzen neuen Verordnungen und so weiter und so fort, das sprengt komplett den Rahmen und ist glaube ich auch ein einzelnes Video wert, also kommt es jetzt hier in diesem VfB aktuell Format zum Spiel eben gegen Mainz. Übermorgenabend, am Freitagabend, 20.30 Uhr, schon mal Arscheskälte, das ist noch eine Info, die jetzt nicht unbedingt was mit Grunland zu tun hat, aber Arscheskälte wird sein und die wird interessant dann halt sein für eine andere Info später noch. 0 bis 1 Grad wird es vermutlich geben, so 20.30 Uhr anpfiff, das wird, ja, das wird ein Kampf, das wird ein Kampf, also wer da ins Stadion geht, der, ne, der will auch ins Stadion, weißt du. Ja, Nummer 1 und Scheiße Nummer 1, auch in der Rangliste ganz oben Nummer 1 ist organisiertes Support, ist wieder eingestellt, gibt es neue Maßnahmen in Baden-Württemberg, unter anderem eben, dass die Stadien und Veranstaltungen bla 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 auf 25.000 Zuschauer begrenzt sind, so wie wir es auch von Beginn der Saison noch gekannt haben, da war es ja auch noch so, eben bis zum Unionsspiel, ab da dann 2G und 60.000, ab da kamen sie wieder zurück. Ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, hat ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass sie diesen Support und die Situation von der Mannschaft gerade so ein bisschen noch ein bisschen höher stellen, über Prinzipien, aber ja, ist auch okay, ist absolut konsequent und wie gesagt, die Ultras, Kommando Kanschatz, sind glaube ich die Letzten, denen man irgendwie unterstellen dürfte, dass irgendwie die Mannschaft nicht, irgendwie, ja, nicht unterstützen würden oder sowas, also in einer kürzeren Vergangenheit, da hätten sie auch, wie gesagt, auch komplett pandemielos mal sagen können, ey Jungs, da haben wir keinen Bock mehr drauf, bei so einer Scheiß, wir stellen ein, haben sie nie getan, also die Kommando Kanschatz sind glaube ich Letzten, die man dafür irgendwie kritisieren dürfte, trotz natürlich Schade und für alle anderen Zuschauer, auch ich bin ja in der Kurve so, wird die Stimmung halt wieder so, ja, so möchte gern Stimmung, so mäßig Stimmung, wie wir es ja hatten, davor gegen Hoffenheim war es ganz nett, hat aber auch Spiel gepasst mit dem 3 zu 1, ich weiß nicht, wie die Stimmung wird, also es, ja, war es nicht so der Wahnsinn unter 25.000 noch und ohne organisierten Support eben, das wird nicht wirklich geil, äh, bisschen was wird halt da sein, aber absolut nicht vergleichbar, ähm, deswegen fand ich auch sehr nett hier diese, diese Umdichtung von, von dem neuen Fan, der ja auch dann mitkam, mit dem 2G und 60.000 gegen Union, war eben unten dieses, wir sind wieder weg, traumhaft, ähm, wie gesagt, da wir aktuell in aller Stufe 2 sind, ähm, gilt 2G plus im Stadion, bedeutet, geimpft, genesen, plus Test, ähm, heißt, Nachweis, 24 Stunden aktueller, äh, Schnelltest, was die meisten machen werden, habe auch einen Termin für Freitag früh so, ist ja ein kostenlose Bürgertest, oder, 48 Stunden beim PCR-Test, aber der kostet ja, das macht ja wahrscheinlich kein Mensch, ähm, was auch interessant ist, wir sind ja eigentlich drüber über den 25.000, ne, also wir haben ja eigentlich so 26.000, fast 27.000 verkauft scheinbar, trotzdem dürfen diesmal alle rein, alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, äh, vermutlich, ähm, einfach weil es nicht umsetzbar war, bis Freitag irgendwie groß sein zu sagen, den 2.000 über den Tickets weg, aber ich glaube auch noch mehr, weil ja eh immer ein gewisser Teil der Fans wegbleibt, die aber eigentlich Tickets haben, und auch jetzt gerade, wo die Ultras wegbleiben, werden auch wahrscheinlich viele von denen über IT-Tickets, oder auch, glaube ich, auch vermehrt über Dauerkärtle, eben die dann nicht kommen, ne, also ich glaube, wir werden, wenn man dann ganz, ganz realistisch durchzählt, wahrscheinlich auch auf die 25 oder unter 25 kommen, eben mit den Leuten, die jetzt durch die ganzen Maßnahmen und so weiter, wie eben die Ultras zum Beispiel im großen Stile eben nicht mehr kommen, ähm, was auch interessant ist, weiterhin Maskenpflicht, ähm, finde ich, glaube ich, für dieses Spiel auch tatsächlich richtig geil, weil so, das hat so ein bisschen diesen Skimasken-Style, ne, wenn du so ein bisschen warm in deine Maske rein, reinatmest und so weiter, das könnte tatsächlich für die Wärme ein bisschen helfen, ähm, ist aber ja nix wirklich Neues, war ja schon seit dem Bielefeld-Spiel schon so, schon jetzt seit der Warnstufe ist es schon so, mal gucken, jetzt könntest du vielleicht ein bisschen besser kontrollieren bei 25.000, gegen Bielefeld hat sich ja kein Mensch dran gehalten, wird man sehen, wie es jetzt da diesmal aussehen wird, mit das Interessanteste jetzt, äh, sind die Einlassphasen, die es jetzt auch gibt, es gibt jetzt Einlassphasen bei besonders vollen Blöcken, ähm, per Mail ging es raus, schön, dass sie es in der Mail verkackt haben, ähm, da ist halt, ja, zweimal quasi dieselbe Zeile in zwei Zeilen und eben die eine Zeile damit halt falsch, richtig ist natürlich betrifft, betrifft auch natürlich direkt meinen Blog, ist ja klar, ähm, ist auf der Verhalten- und Hygieneregel-Seite auf der Webseite steht es dann offiziell richtig da, mein 34D-Blog, ich muss, äh, von 1910 bis 1930 rein, das heißt, ich hab mindestens eine Stunde im Stadion, bevor dieses Spiel angepfiffen wird, supergeil bei 0 Grad, fühl ich, feier ich, hab ich richtig Bock drauf, natürlich, ich bin so in der Mitte, was diese, was diese Einlasszeiten angeht, am gearstetsten sind die ganz oben, die bis 18.50 Uhr drin sein müssen, das heißt, die haben auch mindestens eine Stunde 40 Wartezeit, bevor das Spiel angepfiffen wird, im Stadion, weil sie einfach da schon rein müssen, so, mal gucken, ob sich da auch alle dran halten, ist auch immer ein schwieriges Ding, das richtig zu kontrollieren, aber absolut zum Kotzen, ähm, ja, natürlich noch, auch schön zum Kotzen, gute Besserung an Mislintat, hoffen wir auf einen guten Verlauf, wenn man es so formulieren kann, ähm, gut ist aber hier in dem Sinn, dass alle anderen Tests ja negativ sind, ähm, mal gucken wir morgen früh, was auf der PK kommt, ich tippe auch mal nicht, das sollte hoffentlich so bleiben, ja, allzu viele Argumente liefert der VfB oder die Situation gerade nicht unbedingt um ein Stadion zu gehen, ähm, mit so das schwäbischste und deutschste Argument, was ich gerade so habe, ist vor allem, dass ich eben diese scheiß Dauerkertel, ich habe ja zwei Stück, eine für mich, eine Wanderkarte, die sind schon gezahlt, also wenn ich nicht gehe, dann schmeiße ich Geld aus dem Fenster, dazu finde ich auch, dass es völlig okay ist, weil 2G plus ist, glaube ich, der sicherste Weg, den es gibt, nur wird es halt drin absolut nicht attraktiv, also Maskenpflicht finde ich okay, das macht es für mich nicht kaputt, die Einlassslots kacken schon ziemlich rein und eben am meisten kackt rein, dass, ähm, ja, keine Stimmung sein wird, oder zumindest keine organisierte Stimmung sein wird, gerne alle Meinungen rein, äh, links natürlich auch in der Videobeschreibung wieder drin, ihr wisst Bescheid, so wie ihr es kennt, morgen früh kommt der Vorbericht und dann, ja, mal sehen, wie das, was das so für ein Stadionerlebnis wird, gegen Mainz 05 am Freitagabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, vor allem fürs Zuhören diesmal und bis zum nächsten Mal. Zuhören Untertitelung des ZDF, 2020